So liebe Freunde, der erste bretonische Abend ist gegessen sozusagen, es sind ungefähr, keine Ahnung, gute 25 Flaschen Citra getrunken worden, ungefähr 10 Kilo Langusten, 15 Kilo Mies Muscheln, jede Menge Farbreton, ein schöner bretonischer Kuchen. Ich darf euch übrigens einen neuen Mann vorstellen, an unserer Seite, Fabi. Fabi ist jetzt ganz neu bei uns im Team, unterstützt uns in allen Bereichen und den werden er jetzt öfters hier sehen. Frodo ist leider schon nach Hause, Manu filmt jetzt gerade und jetzt haben wir ungefähr 12 Uhr abends. Es war ein wirklich sehr, sehr gelungener Abend. Ich glaube, die Leute waren ganz zufrieden. Und wir freuen uns auf den nächsten bretonischen Abend, nächste Woche Donnerstag, 8 Uhr geht's los. Ein Tisch ist noch frei, das war's. Und natürlich könnt ihr die nächsten Tage, ja Quatsch, mit den nächsten Tagen, die nächsten Veranstaltungen, also jeden Donnerstagabend könnt ihr den Tisch bei uns buchen zum bretonischen Abend. Ich wünsche euch einen ganz tollen Abend. Es war wunderbar. Jetzt müssen wir erstmal hier aufräumen. Schaut mal hier. Schaut mal hier, alles schöne, geile, leider schon gegessene Langusten. Die waren wirklich gut. Mit Knoblauch gemacht und mit Petersilie. Ein ganz tolles Zeug. Gut, in diesem Sinne, einen schönen Abend und wir sehen uns die Tage. Nicht vergessen, ein Tisch ist noch frei für nächste Woche. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao.